Und am 19. zum Vorbericht zum Spiel am Samstagmittag beim SC Freiburg. VfB 0-2 Bremen, bisschen statistische Hoffnung hatte man gehabt gegen Bremen so, starke Bilanz zuletzt generell und natürlich auch vor allem zu Hause und auch das letzte Heimspiel ohne Gegentor war eben gegen Bremen beim 1-0 in 2021. Aber ja, der Last-Minute-Sieg in Paderborn hat man wieder nichts freigesetzt. Das ziehen wir irgendwie auch schon immer mit. Sei es das Legendo-Tor, was nichts in die neue Saison mit überschwappen hat lassen. Irgendwie der Last-Minute-Punkt in München. Danach spielt es irgendwie wieder kacke gegen Frankfurt. Wir ziehen keine Punches, keine Euphorie, kein Nichts. Ziehen wir nichts in Spiele rein. Das ist echt ein Problem. Ja, nicht das erste Mal, wie gesagt. Die erste Halbzeit war in Ordnung. Man hatte Chancen für Rüch zum Beispiel. Die zweite war leider wirklich ein klarer Schritt. Das war einfach uninspiriert wie sonst was. Bremen macht zwei Traumtore so. Sonst gehst du da wahrscheinlich, glaube ich, echt mit einem 0-0 raus. Klar, war noch viel zu spielen, aber sonst war ja Bremen auch nicht wirklich viel besser als wir. So 7-5 Chancen für uns laut dem Kicker. Das Spiel hätte durchaus auch anders laufen können, gerade in Halbzeit 1. Aber ganz klar auch, VfB, da sind wir. Aufwachen, so Rufe aus dem Publikum. Ja, die Kurve hat sich gewendet, sage ich mal. Es war ein gebrauchter Nachmittag so. Sonst gab es auch ein paar Sachen. Es gab einen dummen Banner von der Crew 36 im Block. Es gab Schiri-Entscheidungen. Oder es wurde wieder klar, dass Schiri-Entscheidungen pure Willkür sind. Weil wo waren diese ganzen gelben Karten bitte für die Bremer, die nach dem Jubel zum 0-2-Sieg oder nach dem 0-2-Tor auch dann alle im Auswärtsblock waren? So Ahamada-mäßig. Wo waren da die gelben Karten? Ich glaube nirgends. Ja, man muss über die Heimspiele gehen. Das ist ganz klar. Wir müssen über die Heimspiele gehen. Auswärts nichts gerissen in den letzten Jahrhunderten. Aber man schafft das absolut noch nicht bisher. Und deswegen steht man auf Platz 16. Girasi. Wahrscheinlich schon kurz gewundert wurde. Der Name bleibt so eine Nachbetrachtung zum Bremen-Spiel. Aber das ist wahrscheinlich wohl mit das Schlimmste aus dem Bremen-Spiel. Girasi. Nach 25 Minuten muss der Flats ausgewechselt werden. Unsere Lebensversicherung vorne drin. Und der fällt länger aus. Das ist ein Szenen-Einriss im Adduktoren-Bereich. Immer eklig sowas. Die Bild schreibt von vier Wochen. Wenn man so googelt, findet man so vier bis acht Wochen. Je nach Verlauf immer unterschiedlich dort. Gehen wir mal von Mittelwert aus. Von sechs Wochen. Also die nächsten sechs Spiele, die hier ausfällt. Das wären Freiburg auswärts, Köln zu Hause, Schalke auswärts, Bayern zu Hause, Frankfurt auswärts und Wolfsburg. Zu Hause danach. Das könnte aber wirklich vom Zeitraum her perfekt passen. Ist nämlich dann Länderspielpause. Letztes Spiel gegen Wolfsburg erst am 18. März. Und das nächste dann erst wieder am Wochenende vom 1.4. Union auswärts. Wahrscheinlich können dann vielleicht gegen Union wieder am Start sein. Oder ab dem Spiel vielleicht. Können genauso reinpassen. Und so muss halt, ja, ein bisher ziemlich ertragloser Pfeifer vorne drin. Oder eben Jugend forscht mit Castanaras da vorne irgendwie richten. Oder du funktionierst halt irgendwie Spieler um. Denn Silas, Tomas, Perea wird interessant. Gemütslage. Weil ich möchte direkt mal so ein bisschen reinkrätschen. Und einfach mal meine Gemütslage zum VfB. Jetzt ohne irgendwie was statistisch zu belegen. Oder irgendwie einfach mein Gefühl gerade zum VfB. Wenn mich auch Leute auf Instagram fragen, wie ist das? Das ist so ein bisschen meine Gemütslage gerade zum VfB vor unserem Spiel in Freiburg. So, klar. Die zweite Halbzeit war Kacke gegen Bremen. Die war ein Rückschritt. Sonst muss ich aber sagen, mein Labbadia-Fazit fällt gar nicht so komplett Kacke aus bisher. Also, Mainz war ein Unentschieden. Das war okay. Vielleicht auch zu wenig im Heimspiel. Ja, aber es war das erste Spiel nach einer Winterpause. Erst mal wieder reinkommen. Hat man bei Mainz auch gemerkt. Da lief auch nicht alles rund. In Hoffenheim, ja, musst du eigentlich fast gewinnen. Ohne dieses Traumtor hättest du es auch gepackt. Dann wäre Labbadia, oder das Traumgegentor, der 94. Dann hätten wir es fast gepackt. Dann wäre Labbadia der erste Trainer gewesen, der mit dieser Truppe, muss man ja sagen, mit dieser Truppe den ersten Auswärtssieg seit Dezember 2021 geholt hätte. Das wäre auch ein positives Zeichen gewesen. Im ersten Ausschussspiel direkt den ersten Ausschuss geholt. Klar, nicht geholt. Aber man war so nah dran, wie kam es das letzte Mal gefühlt in Bremen halt damals, als wir auch nur 94. Tor kassiert haben. In Leipzig war ein Punkt drin, trotz B- bzw. eigentlich fast eine C-Elf, die auf dem Platz stand. In Paderborn waren wir dominant. Klar, nicht überragend, aber dominant. Hinten drin gestanden, die Paderborner Seite, fünf Minuten und den Punch mitgenommen. Lucky Punch mitgenommen, aber verdient gewonnen. In Paderborn so. Also, in der Liga wurden für mich tatsächlich auch die Leistungen von Spiel zu Spiel immer so leicht besser. Also, ich spreche von besser, nicht von berauschen, von super Leistung, aber von besser so. Versteht mich nicht falsch. Wie unter Rino schon, man hat sich halt nicht ausreichend belohnt. So, es waren locker easy, zwei bis drei Punkte mehr drin, aus diesen ersten Spielen von Labbadia in der Bundesliga. Und ohne jetzt Großes gegen ihn zu haben, aber teilweise verstehe ich auch nicht ganz, so ich mir dieses abgefeiere, gerade auch von dem Wimmer. Na klar, Wimmer hat Bochum geschlagen. Ja, war auch ein guter Spielverlauf für uns, so mit ein bisschen mehr Pech kommt da Bochum nochmal ran. Standen kurz vor 2-2. Und dann Bielefeld, ja, die waren halt eine Frechheit. Die waren einfach richtig kacke so. Die hätte ja gefühlt jeder geklatscht, ohne dass es jetzt dumm klingen soll. Aber Bielefeld ist kein Maß. BVB, gnadenlos aufs Maul bekommen in Dortmund. Gegen Augsburg hat man starke 20 Minuten. Ja, das war eine geile Drangphase. So, verdienter Sieg am Ende. Geiles Stadion für den Lucky Punch. Das war das Spiel unter Wimmer. Das war richtig geil. In Gladbach auch verschenkt. War mehr drin. Verschenktes Spiel. Gegen Hertha muss ich auch sagen. Lucky Punch war natürlich grandios. 98 ist aber sonst. Das war nicht wie Augsburg, wo eine Drangphase dabei war. Oder wo man irgendwie hätte absehen können. Irgendwann fällt es doch heute noch. Ne, das war ja wirklich nur Lucky Punch. Das war nur diese eine Ecke. Diese geile Ecke auf dem Afropano. Sonst wäre das mit 1-1 herausgelaufen. Und ich glaube, wir waren alle nicht wirklich zufrieden gewesen. In Leverkusen auch dann. Letztes Spiel vor der Winterpause. Und auch letztes Spiel von Wimmer. Dann, ja, von Minute 1 an komplett verschenkt. Komplett verschenkt von Minute 1 an. Also ich sehe da nichts Besseres so. Ich finde, wir spielen mit Labbadia kein Deutsch schlechter als unter Rino oder Wimmer. Nur halt eben, wir spielen noch nicht deutlich besser so. Wir spielen noch nicht klar besser als unter den beiden. Das muss jetzt halt kommen. So. Was auch wichtig ist, finde ich, was die beiden hatten, was ein Labbadia jetzt erst hat, ist ein fitter Bonasosa. Ein fitter Bonasosa auf links ist ein großer Faktor für unser Spiel, finde ich. Vielleicht beendet er auch ein bisschen diese Abwehrexperimente. Vielleicht kann man dadurch dieses Anton, klar, hängt nicht direkt zusammen, links verteidiger, rechts verteidiger, klar. Aber er kann diese Anton-Ideen da auf rechts dann vielleicht ein bisschen wieder ad acta legen, wenn Sosa zurück ist auf links. Aber ich finde schon krass, wie viel so eine Halbzeit anrichten kann. So 45 Minuten anrichten können. Weil eigentlich bis Sonntag 16.18 Uhr war für mich eigentlich alles okay. Also okay, wie gesagt, nicht gut, aber okay so. Und auf einmal sind wir irgendwie klare Absteiger. Also das, keine Ahnung. Man muss nicht alles schön saufen, aber so gesehen muss man auch irgendwie nicht alles schlecht saufen. DfB-Pokal, weil dieser Quatsch mit dieser Aufteilung da vom Achtelfinal auf zwei Wochen ist jetzt dann auch endlich vorbei. Gestern letzten Bayern-Spieler gespielt worden. Alle Viertelfinalisten stehen fest. Union Berlin, Leipzig, Bayern, Freiburg, Frankfurt, Nürnberg, Dortmund und wir. Auslosung ist am 19. Februar so. Ich denke mal, die streamen auch zusammen, wenn da nichts dazwischen kommt. Gespielt wird dann am 4. und 5. oder 5. April. Aber ja, wen könnte man denn da wollen? So, gucken wir mal drauf. Klar, die Bayern willst du nie. Aber sonst vom Kopf her so überall was möglich. So gerade im Pokal. Natürlich ist das sehr positiv gedacht, aber ich habe einfach wieder Bock drauf aufs erste Pokal. Viertelfinale seit 2016. Damals 1 zu 3 verloren gegen Dortmund. Das jährt sich witzigerweise auch genau heute. Also am 9. Februar 2016 war das. Ziemlicher Zufall. Und darauf hoffe ich auch in erster Linie natürlich ein Heimspiel. Ein Heimspiel wäre geil. Da muss auch halt wirklich, es ist ein Heimspiel im Pokal. Da muss gefühlt alles gehen. Da muss gegen jeden irgendwas drin sein. Pokal hat eigentlich Gesetze. Wir kennen jetzt die ganzen Sprüche. Sonst wäre natürlich auch auswärts schön oder auswärts so eine Sache dann bei uns. Wird schwer. Egal wo wird schwer. Da natürlich am liebsten Nürnberg. Ist ganz klar. Erstmal wegen zweitiges. Aber auch, weil ich da ja quasi neben Nürnberg wohne. Wegen meinem Studium so. Deswegen wäre das auch geil für eine Auswärtsfahrt. Schön mit 15.000 Auswärtsfans in Nürnberg Gas zu geben. Mal sehen, was rumkommt am 19. Matarazzo. Weil was sich angedeutet hat, ist jetzt auch offiziell. Matarazzo ist zurück in der Bundesliga. Kam ja damals als Co-Trainer von Hoffenheim. Nun ist er dort Cheftrainer. Das tut schon irgendwie weh. Die Sympathie ist definitiv noch da für ihn. Für Hoffenheim natürlich eher weniger, sage ich mal. Aktuell steckt es noch im Abstiegskampf. Mal sehen, ob das so bleibt. Der Kader ist eigentlich zu gut. Und spätestens jetzt dürfte dann auch, was für uns interessant ist, natürlich nicht mehr von uns bezahlt werden. Wer weiß, hat er eh schon eine Abfüllung bekommen nach der Entlassung oder wurde noch weiter bezahlt. Das dürfte spätestens jetzt vorbei sein, wenn er beim neuen Arbeitgeber ist. Und ganz spannend könnte es eben auch am letzten Spieltag werden. Ich hoffe natürlich, dass es nichts entscheidendes wird für den Abstiegskampf. Ist aber nicht ganz so unrealistisch, dass es so kommen könnte. Weil es kann es auch echt keinem erzählen. 34. Spieltag zu Hause. Heimspiel gegen Hoffenheim. STR. Weil ohne jetzt irgendwie Druck auf die beiden machen zu wollen. Aber es könnte sich vielleicht ein Comeback vom STR-Podcast andeuten. Wenn man so ein bisschen auf Twitter mitgelesen hat, dann gab es wohl am Dienstag diese Woche einen Versuch von einer Grundsteinlegung. Wer weiß, was es genau heißt. In welcher Fülle. Wie viel sie machen. Und wie auch immer. Ob sie glückt ist. Keine Ahnung. Aber sie arbeiten wohl so ein bisschen daran, dass sie wenigstens ein bisschen was bringen können. Ich glaube, darüber wird sich über jeder freuen. Über dieses Comeback von denen wird sich, glaube ich, jeder freuen. Und das auch egal in welcher Form und egal in welcher Häufigkeit. SC Freiburg. Unsere Gegner am Samstag. Die Heimpartie für Freiburg. In den letzten Jahren sind die uns einfach weggerannt. Die haben uns qualitativ absolut abgehängt. Überholt alles. Stehen stark auch im Europa-League-Achtelfinale. Da wirklich easy durchgerutscht durch die Gruppe. So grandios. Aktuell in der Liga auch auf Platz 6. Streich und Kurven machen. Da muss man nicht erwähnen. Ich mache es trotzdem. Aber machen sie seit Jahrhunderten. Gefühlt machen die da wirklich einen grandiosen Job. Streicht diesmal nicht auf der Bank am Samstag. Da gab es ja beim 5 zu 1 in Dortmund. Hat er rot gesehen. Ist geflogen vom Platz. Für den Grund, den ich eigentlich ganz witzig fand. So. Dass ich hier doch das gelbe Trikot anziehen soll. Fand ich ganz sympathisch eigentlich. Allerdings bisher sieht man auch am 5 zu 1 in Dortmund. An der Klatsche in Wolfsburg. Klar. Auch dazwischen wieder ein Sieg gegen Augsburg gehabt. Dies, das. Aber es lief nicht so ganz rund bisher. Nicht ganz so spielerisch rund in der Rückrunde für Freiburg. Bisher seit dem Restart. Siehe von hinten schon ein bisschen flüssiger mal. Freiburg aber trotzdem weiterhin ein eiskaltes Team. Abgezockt. Haben auch des Öfteren mal Spielglück. Können wir auch glaube ich nicht ganz wegreden das Thema. Aber die Freiburger auch selber nicht. Deswegen die Favoritenrolle ist trotzdem ganz klar vergeben am Samstag. In Freiburg. Für Freiburg. Aufstellung. Gerasi fällt aus. Ist klar. Tomasch ist auch weiterhin raus. Sonst wurde aber keiner genannt. Im sogenannten Personalupdate beim VfB auf der PK. Auf Twitter und so weiter. Daraus lässt sich eigentlich schließen. Dass alle mal mindestens Kaderoptionen sind. Casanaras hat Lob abbekommen. Immer wieder natürlich. Anton hat auch ein bisschen Lob bekommen. Auf rechts. Debattierbar. Sosa wurde so eine halbgare Aussage rausgebracht. Mit so immer. Ist immer eine Option wegen seiner Qualität und sowas. Keine Ahnung. Ob man da jetzt rauslesen kann. Ist er schon Startelf ready für Samstag. Oder ist er doch eher einer von der Bank erstmal. Frage auch bei Silas. Weil er wurde nicht genannt. Beim Personalupdate quasi. Deswegen ist er eigentlich auch fit genug. Ist aber auch fit genug für eine Startelf. Keine Ahnung. Wie sieht es im Zagadou aus. Ist ja eigentlich ein Gewinner gewesen. In der Winterpause in Marbella. Eigentlich sollte er ein Faktor werden. In der Defensive. Ist er das direkt schon. Kann er direkt reinkommen. Ist er Startelf-Kandidat. Auf der Bank gewesen gegen Bremen. Viele Fragen. Auch natürlich die Frage. Wer steht vorne drin. Habe es mal so gebastelt. Wie ich es mir wünschen würde. Also mehr. mehr Wunsch halt als irgendwie an Bruno orientiert. Deswegen werde ich jetzt auch gleich kein Anton auf rechts sehen. Deswegen werde ich auch kein Pfeifer vorne drin sehen. Aber so Geschichten normalerweise wahrscheinlich doch wieder kommen werden am Samstag. Für mich Müller. Stenzel rechts hinten. Mafropanos. Ito und Sosa auf links. Natürlich die Hoffnung, dass er spielen kann. Sosa kann auch sein, dass er noch nicht ganz fit ist für Startelf. Karasor. Dann natürlich Endo. Der heute Geburtstag hat. Alles gut an unseren Legendo. Nathai. Finde ich eigentlich gar nicht mal verkehrt Nathai. Kann halt auch ein bisschen mehr Defensivaufgaben übernehmen. Die Sosa ja manchmal so ein bisschen vernachlässigt auf links. Nichts gegen Haraguchi. Aber ich würde es Nathai mal gönnen da. Seinen Startelf-Einsatz führe ich. Relativ alternativlos. Aber war zumindest auch ein Aktivposten so gegen Bremen. Ohne Zeitertrag. Das muss ja langsam mal kommen, der Ertrag. Sonst, ja. Es ist halt auch alles ein bisschen Ruhekunst. Auf Recht Zielers. Einfach ein bisschen aus Hoffnung. Sonst können natürlich auch wieder ein Perea spielen oder sowas. Und vorne drin, wie gesagt. Ich glaube, ich tippe mal auf Pfeifer. Aber hätte gerne Castanaris. Fände das cool. Dem jetzt auch die Chance zu geben, wenn Gerasi raus ist. Und ja. Allzu viel Ertragloser als ein Pfeifer. Kannst es ja auch da vorne aktuell nicht machen. Prognose. Wie gesagt. Freiburg ist Favorit. Die letzten Jahre gegen Freiburg waren sehr anstrengend für uns. Wir hatten viele Knappe. Oft auch, ja, doch unverdiente Niederlagen dabei. Strittige Schiri-Entscheidungen. TBD-Elfmeter. Dies, das. Haben alles noch im Kopf. Letzter Sieg gegen Freiburg in der Bundesliga ist auch schon ganze acht Spiele her. In der Korkut-Rückrunde 2018 war das. Freiburg bisher nur eine Heimniederlage in der gesamten Saison geholt. Wir haben bisher noch keinen einzigen Auswärtssieg. So. Es sind klare Fakten. Aber trotzdem muss man hoffen so. Man braucht, ja. Ja. Sonst braucht man sich die Spiele auch nicht reinziehen. Also, wenn wir uns keine Hoffnung auf die Spiele machen, dann brauche ich am Samstag auch nicht einzuschalten. Labbadia hat auch so ein bisschen meine Gemütslage beschrieben auf der PK. Man hat Ansätze gesehen, Verbesserungen gesehen. Die statistischen Werten hat man sich verbessert von Spiel zu Spiel. Läuft nicht ganz rund bei Freiburg. Wir haben auch in Leipzig, ja, doch durchaus unerwartet ein ziemlich gutes Auswärtsspiel gemacht. Man hat auch einen Punkt mitnehmen können, wie gesagt. Da werden 3400 Auswärtsfans Radau machen im ausverkauften Auswärtsblock in Freiburg. Die werden da Vollgas geben. Jeder Punkt zählt. Vielleicht nehmen wir irgendwie einen mit 1 zu 1 in Freiburg. Und die können wir immer im Community-Tab natürlich auch abstellen. Dann hier wie immer noch der gesamte Spieltag noch getippt für euch. Da ist durchaus was drin. Ich rechne auch Schalke was zu. Wie ihr seht, am Freitagabend in einem Heimspiel ist immer was drin. Hertha hat mit Gladbach auch so ein bisschen eine angenockte Mannschaft in einem Heimspiel für Hertha. Ja, sehr interessanter Spieltag. Ich kann noch nicht sagen, ob ich streamen werde zum Spiel tatsächlich. Wegen Arbeit steht noch nicht fest gerade, ob das geht. Quasi nebenher oder wie auch immer. Werdet ihr natürlich rechtzeitig erfahren dann in der Insta-Story oder im YouTube-Community-Tab. Wisst ihr Bescheid. Bleiben fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.